Guten Morgen liebe Kinder. Es ist jetzt 9 Uhr und das Küken piepst ganz laut und möchte eigentlich am liebsten aus dem Brutkasten raus. Und es folgt immer nach der Taschenlampe. Also immer da wo Licht ist, kommt es hin. Und wir werden jetzt mal das Licht wegnehmen. Da ist es auch erstmal ruhig. Jetzt werden wir wieder das Licht dazu nehmen. Ein drittes Ei ist angepickt und wir müssen jetzt mal geduldig sein. Vielleicht schlüpfen ja noch ein paar Küken und ich hoffe, alle 20 werden es wahrscheinlich nicht schaffen, aber vielleicht noch ein paar. Heute Abend werde ich es wahrscheinlich rausholen, wenn das in der Federflaumen getrocknet ist. Und Ceramaküken oder Ceramahühner sind sowieso sehr zahme Hühner, die sehr anhänglich sind. Also man kann auch durchaus mit so einem Ceramaküken oder Ceramaküken kuscheln. Und das sieht auch sehr niedlich aus, oder? Guckt mal wie das piepst. Ich habe es schon wieder. Ich habe es schon wieder. Vielen Dank.